Hallo Ein Brief von Blackman ist gekommen Hallo Papa und Mama Hallo Ebenbild von Edibe Wie geht es euch von Blackman? Seit ich am 30. November 2020 von Istanbul aufgebrochen bin, habe ich mich bisher auf neun Inseln umgeschaut. Es war nicht immer einfach, aber insgesamt überwiegen doch die positiven Erfahrungen. Momentan bin ich auf Island. Es ist als wäre ich Meilen von Istanbul entfernt, dabei bin ich praktisch nebenan. Die Bewohner hier waren so nett zu mir, dass mein Dankbarkeitslevel auf 8 gestiegen ist. Darf ich vorstellen, dass auf dem Foto ist Marianne. Wir haben uns angefreundet. Ich muss bald wieder aufbrechen, aber ich werde an euch denken. Blackman Schön mal wieder etwas von Blackman zu hören. Weiterhin gute Reise. Nach der Kupfer Nach der Kupfer Nach der Kupfer